Natürlich! Okay, hier waren wir noch nicht. Well. Oh Gott. Nein! Double Kill. Oder Double KO eher. 14 haben wir noch, ne? Es sind zu wenige Leben. So. Das ist, glaube ich, die beste Variante. Das ignoriere ich jetzt einfach mal da oben. Ich habe keinen Bock, in den Tod zu springen. Okay, sieben Stück. Oh Gott. Das muss doch jetzt mal funktionieren. Eins. Nochmal eins. Yes! Puh! Ich habe gerade voll den Rhythmus nicht. Ich sehe gerade auch gar nicht die Kirsche. Das ist das Problem. Naja. Zwei Leben. Es ist so schlimm, wenn man so lange da drauf guckt, ne? Da sieht man am Ende gar nichts mehr. Muss man gerade woanders hingucken, ey. Ich möchte nämlich jetzt gerne nochmal einen Fünfer haben. Das wäre wunderschön. Naja. Ein Leben. 25 Leben. Jetzt sind wir wieder über dem 20er. Das ist sehr schön. Das beruhigt mich. 4,3. Jetzt ist wieder alles blind hier. Ah. Okay. Das habe ich in der, in der, in der Lösungsgedöns gesehen. Und zwar darf man ihm hier nicht töten. Aber wir brauchen ein Ei, um hier rüber zu kommen. So. Müssen wir uns nämlich draufstellen. Komm, schieß mal bitte. So. Traveling fast. So. Wunderschön. Wo ist der Trank? Hier gibt es bestimmt einen. Es ist der letzte, oder? Ah, gut, dass es hier keinen gab. Wollte ich schon sagen. Ich dachte, ich wäre total doof. Okay. Eisgedöns. Ich finde die eigentlich nicht so schlimm. Diese Rutschviecher. Die rutschen dann selbst immer runter. Ja, und es ist zwar klar, dass das passiert. Boah. Okay, ich muss dann direkt da hoch. Ja, ich habe ja noch 24 Leben. Und noch die zwei oder drei Continuous. Ist ja auch noch zu bemerken. Weil die sind ja nicht zu unterschätzen, ne? Kann man ja nochmal gut Leben holen dann in der Zeit. Boah, das war Glück, dass ich da nicht getroffen wurde. Komm, gib Gaze. Gib Gaze! Natürlich. Gazen wollte ich eigentlich sagen. Ich glaube hier das Level ohne Peach ist echt anstrengend. Schnell nach oben. Ich habe ja Zeit. Ich habe ja Zeit. Das ist ja das Gute an Super Mario Bros. 2, dass man sich einfach Zeit lassen kann, wie man will. Okay. Ein Trank. Und eine Münze. Was ist hier drin? Ach, Gemüse. Gemüse! Jetzt geht's wieder runter, oder was? Jo. Äh. Fuck. Ich muss auf den Roten. Weil der Pinke nicht runterkommt. Soll ich? Soll ich? Soll ich, oder soll ich nicht? Ach, komm. Es geht doch noch nach unten. Aber wo kommen wir denn hier raus? Wow, würde mich jetzt mal interessieren. Ah, Schlüsse! Oh, fuck, Alter. Okay, da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Achso, starten wir wieder hier. Jetzt hab ich den Spacken schon hier in dem Raum drin, ey. Ja! Ja. Ja. Och, Mann. Das ist nicht so nice. Ich muss den scheiß Schlüssel schon wiederholen. Ich hab doch nach oben gedrückt. Ich muss unbedingt auf dieses Vieh achten. Ich hab alle Zeit der Welt. Ich hab keine Gegner vor mir, beziehungsweise die rennen vor mir noch her. Aber das ist ja nicht so schlimm. Auch wenn ich hier mal die zweite Etage springe, ist ja nicht so schlimm. Ach, das ist so schwer. Okay. Na gut. Rein da. Okay, Boss Music. Ne, ich will da hinten nicht runterfallen. Öh! Scheiße. Oh! Habe ich gar nicht drauf geachtet. Okay, 4, 3, 21 leben. Stimmt, die Dinger gehen ja nicht kaputt. Und dann geht es nicht. Ich bin einfach mal mal raus. Oh! 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 Okay, muss ich die Kleine dann auch noch kaputt machen? Das wäre sehr, sehr ekelhafter Boss. Auf jeden Fall dreimal treffen. Mist. Ich glaube, es ist einfacher, wenn ich das so mache. Ah, fuck. Ich reingelaufen. 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 Okay, ich muss die alle kaputt machen. Toll, da war ich jetzt wieder selbst dran schuld. Aber wie soll ich die denn kaputt machen? Dann muss ich echt die ganzen Teile mal hier im Raum verteilen. Beziehungsweise die beiden hier oben lasse ich mal auch stehen. Wow. Missed. Okay. Die sind mir hier ein bisschen zu aufmüpfig, ne? Komm mal hier rüber, bitte. Okay. 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 Gut. Oh, der ist echt ein ekelhafter Boss gewesen. Also echt. Oh, nur eine Münze. Oh. Naja. Ich sag immer, naja. Okay. Ein Leben wär schon mal sicher. Ja. Okay. Okay. 21 Leben. Welt 5. Welt 5. 1. 2. 2. 1. 2. 3. 4.